Shake it! Shake it! Shake it! Shake it! Shake it! Wieso sind wir heute an Shake It gekommen? Weil es eine geile Party ist! Ja! Gleichzeitiger Geburtstag! So ein Ferienabschluss, weisst du? Huah! Au! Huah! Es ist einfach geil! Yeah! Es sind geile Frauen! Au! 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 Yeah! Aha! Sind wir schon mal an einer Shake It gewesen? Ja, in Zürich! Die mit dem roten Halsband! Ähm, Riebhock, Saalbau! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.